Studium und der heilige Name Der Name Gottes ist das einzige Wort, welches alles in sich einschließt. Denn überall in der materiellen Welt existiert sonst eine Diskrepanz zwischen dem gehörten oder gesprochenen Wort und dem, was eigentlich damit ausgedrückt wird. Die Sprache ist effektiv ein Mehr von Mehrdeutigkeiten. Wittgenstein meinte, dass die Sprache den Gedanken verkleidet. Sie sei eine Zwangsjacke, da wir nur in der Sprache denken können. Aus diesem Grund meinte er, dass jede Philosophie immer auch Sprachkritik zu sein hätte. Sie, die Philosophie, ist der Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch das Mittel der Sprache. Der heilige Name vereinigt die beiden Funktionen des Wortes. Verkündetes Wort, das auf etwas hinweist, und inkarniertes Wort, welches den Inhalt der Verkündung direkt auch verkörpert. Der heilige Name und die heilige Schrift stehen in einer Wechselwirkung. Das Studium offenbart den Namen und durch die Vertiefung im Gottesnamen erscheint auch die Schrift in einem gänzlich neuen Verständnis. Jeder geistige Fortschritt erwächst aus der Anrufung Gottes heraus und nicht aus der Selbstbehauptung vor Gott. Der Begriff Wahrheit ist zu Beginn des Weges eine relativ leere Hülse. Es ist ein Wort, das man kennt, genauso wie einem der Ausdruck Liebe vertraut ist. Aber sie sind nicht mit Bedeutung gefüllt. Mit dem Wort mag man umgehen, aber die pulsierende Wirklichkeit darin bleibt unerkannt. Die meditative Praxis, speziell die Anrufung der Gottesnamen, macht aus dem Wortfetzen greifbare Wirklichkeit. Aus diesem Grunde gehen das heilige Studium und Nam-Bhajan, die innere Verehrung und Anrufung der Gottesnamen, immer Hand in Hand einher. Sie stehen in einer Wechselbeziehung. Die heilige Schrift legt die Dringlichkeit und das Verständnis vom heiligen Namen offen. Und der heilige Name offenbart immer wieder neue Bedeutungen der Schrift, die selber genauso unbegrenzt wie Krishna selber ist. Wer die heilige Schrift nicht nur liest, sondern sie auch mit dem heiligen Namen meditativ verbindet, gehört zu denen, die die Hülle vom Anlitz des Herrn entfernen, indem sie vom geschriebenen Wort weitergehen zu dem eigentlichen Wort. 2 Kor 3.16 In den Upanishaden wird dieser Entdeckungsvorgang, der den Vorgang, welches das Wesen Gottes verhüllt, durchdringt, so ausgedrückt. Hiran Mayena Padrena Satyas Yapihitam Mukam Von einer goldenen, leuchtenden Bedeckung ist das Anlitz Gottes verhüllt. Diese, o Erhalter aller Dinge, entferne du bitte, damit der Suchende der Wahrheit dich zu erblicken vermag. Eshopanishad 15 In diesem sehr geheimnisvollen Mantra bittet der Verfasser seinen Erhalter, den goldenen Glanz, der sein Gesicht verdeckt, zu entfernen, damit er dessen eigenes Anlitz schauen darf. Dieser Glanz ist das Brahman, die leuchtende Ausstrahlung Gottes. Wenn er jedoch diese erkannt hat, so mag er sie dennoch nicht als letztliches belassen, sondern sehen sich nach der Quelle des Lichts, der Gestalt Gottes. Mit Brahman könnte er verschmelzen, doch mit dem Ursprung des Ganzen darf er in liebenden Austausch treten. Seine zugänglichste Gestalt, mit welcher er uns zu sich einlädt, ist sein heiliger Name. In der Kali-Santarana Upanishad heißt es Nachdem man die gesamte vedische Literatur durchstudiert hat, findet man nichts Kostbareres als die Anrufung der heiligen Namen. Alle Veden sind also nichts anderes als eine Anleitung zur Vertiefung in die Namen Gottes. Aufrichtiges Studium bedeutet, dem Gehör zu schenken, auf was man hingewiesen wird.